Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Miracle zu wenden. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallöchen ihr Lieben und Willkommen in heute hoffentlich etwas bessere Qualität. Beim letzten Mal hat das Mikro wiederum gesponnen wie sonst was. Ich glaube, das verreckt langsam. Ich habe nochmal alles einstecken, ausstecken, durchpusten, hast du nicht. Und jetzt in der Probeaufnahme war das wieder besser. Davor war es noch immer katastrophal. Und ich hoffe, das hält jetzt auch die ganze Aufnahme durch. Es tut mir leid, sollte der Sound doch für ein Popo sein. Ich bin echt am Verzweifeln mit diesem Scheiß-Mikrofon hier gerade. Ne, bevor ich erkunde, will ich ja nochmal gucken, ob ich mein Lieblingsbuch hier irgendwo finde. Aber ich glaube nicht. Achso, das war die, die ich am Anfang, glaube ich, geplündert habe, in der letzten Folge. Na, dann eben nicht. Das ist gut. Ach, nicht mit einem Satz. Ach, dieser Humor von Geralt. Den muss man gern haben. Wette, da sind auf einmal irgendwelche Viecher drin, die hier nicht rein können ins Wasser. Ah, ne, scheinbar doch nicht. Mal sehen, wo ich hier eine Kiste entdecke. Das könnte sie sein. Aber erst mal taue ich nochmal auf. Warum auch? Oh, da sind zwei Kisten sogar. Und ein Fistech-Süchtiger. Und ein Fistech-Süchtiger. Scheiß-Junkies. So, einmal hier gucken. Äh, ne, ein schönes Schema. Schöne neue Stiefel. Und da sagt man, im Fluss findet man nichts. Eine leere Flasche. Äh, äh. Hallo. Und ein Rezept. Und ein Ledersack. Jawoll. Also, wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht weiter. Das ist doch schön. Aber genug getaucht. Triss will ihr Paket haben. Und wer bin ich, ihr das Paket mit den Ölen und Co., was da drin sein soll, zu verwehren? Oh, darf ich das ausleihen? Zwielichtig. Noch mehr zwielichtig. Verpässt mich. Überhaupt zwielichtig. Und Triss wartet offenbar nach unten. Wieder mal Regen. Glock. Trisschen, ich hab was für dich. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einem dreckigen Kanal zu planschen. Ich hab ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootswrack. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist dein Schatz. Du bist wohl ganz in deinem Element. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Wohl. Ah. Sechs Monate sind nicht viel Zeit. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt. Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Ah, wie herrlich ehrlich. Und ja, das war eine Anspielung auf, äh, ja, die Vorgängerteile, beziehungsweise vor allem den ersten Teil, wo Geralt so ein bisschen vergesslich ein und für sich war. Ähm, gehört das so, dass er im Boden steht? Ich glaube nicht. Der sieht aus wie ein Halbling, wie er so dasteht. Ist das nicht schön, wie hier auch, äh, das Viertel genial eingefangen wird? Und auch über all die Fische, die verkauft werden, das ist... Detail, sag ich nur, Detail. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Ich bin nicht irgendjemand. Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon & Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Ah, ja. Ah, die Hälfte im Voraus. Ich bin natürlich diplomatisch. Die erste Rate. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Okay. Dann mal an die Arbeit. Ich übernehme die Hälfte, du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Hm. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten? Gerald, wir wären beide lieber woanders. Ich sehe sie jetzt gern in einer königlichen Beratung, aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich ein Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Ratten-Scheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Okay. Triss ist da ganz anders als Keira Metz. Die hat ja mit Ratten so ihr kleines, süßes Problem gehabt. Wenn ich mich da so erinnere. An eine gewisse Höhle. Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Frandon? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeinscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Triss, er ist Händler. Er lebt vom Falschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Ein Meister-Monster-Schlechter in der größten Stadt der Welt und sucht nach Ratten-Scheiße. Ah, wie geil. Wie geil. Die Kommentare wieder. Da sagt noch einer, Hexer wären ohne Humor, ohne was. Geralt macht ganz großes Kino. Und Nummer 3 ist hier. Gott, ich bin echt so ein richtig geiler Ratten-Scheiße-Finder. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Wenn ich den Duft aktiviere, haben wir einen Moment zum Reden. Na dann, freue ich mich doch mal drauf. Das war's? Oder kommt noch was? Und das war's offenbar. Bis sie wegruschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt. Wollte mit meinen Hexersinnen angehen. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des Temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen. Und... Versöhnlich? Ich könnte mal einen, der auf alles mit Spott reagierte. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen würden. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß. Aber er hat sich in die Tasche geloben. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Ach, die Beine sind echt so herrlich. Jeder lügt, dann und wann. Aber sich selbst zu belügen, ist wie weglaufen, ohne eine Zuflucht zu haben. Manchmal ist Flucht die einzige Möglichkeit zu vergessen. Vielleicht hat dein Freund um seine Beine getrauert. Aber davon sind ihm keine neuen gewachsen. Und? Wie geht es Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's Yen? Und nicht schlecht ist immer gut. Nicht schlecht? Und da laufen sie weg. Auch toll eingefangen von der Kamera. Auch wie sie da so sitzen. Auf ihre eigene Art. Super Motion Capturing. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Ratten sind weg. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Sagen wir, deine Freunde waren nie hier. Jetzt zahl den Rest und wir trennen uns friedlich. Das hast du nicht zu bestimmen, Mutant. Halt dich da raus. Wir sind wegen der Hexe hier. Wir sind unzertrennlich. Ihr müsst uns wohl beide mitnehmen. Geralt. Wenn du meinst. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran. Ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit den Pissern. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Äh, dann sorge ich dafür, dass hier mal so ein Quäntchen gewirkt wird. Ups. Und kaputt der Erste. Kaputt der Zweite. Und kaputt der... Da ist er ja. Vierte. Oh. Ein gelbes sogar, hm? Na dann... Gehen wir mal los, würde ich sagen. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt. Oder das Warenlager, wenn ich's ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Mörden, was? Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Ich war schon am überlegen, ob es eine Auswahl gibt, mehr Geld zu verlangen. Euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Äh... Triss sollte den Zauber besser mal beenden. Wäre zumindest besser, wenn die halbe Stadt auf Hexenjagd macht. Aber gut, ihre Sache. Du solltest besser auf dich aufpassen. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich hab nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Der Zauber. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilli ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich hab ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jonk her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Die Frau hat echt Feuer. Muss man ihr lassen. Heißes, äh... Gestell hier. Ähm... Aber gut. Schön, dich wiederzusehen oder bis später? Das ist die Frage. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Okay. Okay. Okay, okay. Aber bevor wir jetzt zu dieser Korinthen gehen. was soll ich sagen korinthen was kommt noch alles hier neue quest treue von namen grad nein ich wollte charakter genau wir haben hier nämlich noch einen verfügbaren punkt und den gilt es mal auszunutzen statt 30 prozent kritischer schaden erhöht sind es dann 45 auch die chance auf kritische treffer noch mal um zwei erhöht und adrenalin punkte gewinnen ebenfalls also schön verbessern das ganze und profitieren im moment kann ich eh nicht wirklich sinnvoll noch was neues der nächste wird freigeschaltet auf der nächsten stufe eine danach kommt auch neue motor gehen platz ist auch ganz brauchbar das war mal ziemlich flott gewesen das steigern aber warum nicht dann können wir doch schon mal so langsam in die richtung gehen oder wie weit ist es überhaupt man kann auch zum waffenschmied gehen nach so viele sachen die man machen könnte wenn man wollte oder das hier ist träumen in novigrad ja dann wollen wir doch mal hingehen und auch hier einfach wieder eine tolle architektur naja aber es ist ein mann von wuren so nein nicht wirklich wenn das mal kein haus ist aber ich nutze das einfach mal wieder für einen wunderschönen cliffhanger was es mit der träumerin auf sich hat das seht ihr natürlich erst in der nächsten folge wenn es wieder heißt dattelzeit mit the witcher 3 mit unserem lieblings hexer gerald bis dahin kann ich nur sagen tschau tschau ihr lieben und schaltet wieder ein das würde ich nicht so schön das wäre doch sehr schön они auf sie 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 Vielen Dank.